Das sind 748 Kilo Körnerin pro Tag essen, aber boah. Gut, wobei ich da laut dem Restdinger so gut aus nicht gucken muss, weil ich will das hat aus der Packung nicht ganz einfach eingeben, wie es heißt. Und sag das mit uns an. Digga, man kann meinen, ich hätte irgendeine Essstörung, Alter. Hm. Ich esse mal unter and viel zu wenig, ich esse bloß abends. Ich esse wieder viel zu viel, ich bin daheim, das ist Bullshit, Alter. Wo ich weg war, habe ich echt wenig gegessen und das war eigentlich gut. Aber ich bin daheim, ich esse wieder zu viel. Mal gucken, dass ich weniger esse. Wenig essen und rausgehen, das ist optimal. Leute, einfach den Fitnesscoach, nicht. Oh, Leute, Leute, hab ich toll. Oh, Leute, Leute, ich bin jetzt... Oh, Leute, ich bin jetzt... Oh, Leute, ich bin jetzt... Ach, Digga, ich... Was? ...gegen den Scheiß-Bot, Alter. Was ist das? Achso. Ich bin so grottig. Was? Nein, nein. Ah, ja. Ich bin so grottig. Oh, ich bin so grottig. Ich bin so grottig. Und ich bin so grottig. Achso. demnächst müssen wir noch eine grafikkarte holen, weil mit der grafikkarte von meiner schwester wo ich einen pc-cloud hab ohne willst du meinen pc hat die ganze zeit den blue screen of death den kriegst du zwei malen danach läuft es komplett durchgeschmiert oje ich glaube ich muss mal von amd extra das aufwertigen holen nee lass mich doch einen monat arbeiten, geh doch dann meine liebe nicht verdient du hast gas die 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 mich hält immer irgendwas auf beim rückwärtslaufen die wie kurz vor level 50 ich glaube bisher sind so viel mehr möglichkeiten, um irgendwas aufzunehmen, weil es so viel gibt allein was irgendwie was das horrorgame oder so betrifft, hat man so viele möglichkeiten und Auswahl den dr die die Untertitelung des ZDF, 2020